Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei BlenderDiplom.com. Ich bin Gottfried Hofmann und diesmal zeige ich euch, wie ihr in Blender 2.64 ganz schnell eine sogenannte Vignette erstellen könnt. Zum Erstellen von Vignettes gab es früher ein paar verschiedene Möglichkeiten, einige waren richtig böse Hacks. Und vergesst sie alle, die neue Möglichkeit eine Vignette hinzuzufügen ist super simpel, super schnell, sehr viel Kontrolle. Und einfach deutlich besser. Aber zuvor noch eine kleine Theorie, was ist eigentlich eine Vignette und was kann man damit anstellen? Grundsätzlich kommt der Begriff Vignette in verschiedenen Teilen der Sprache vor. In der Fotografie bedeutet er, dass bei einem Bild, dass ein Bild zu den Rändern hin dunkler wird. Und vor allem die Ecken werden da meistens so richtig schwarz. Also hier wird es zum Beispiel, dass hier diese Ränder hier, die würden abfallen, dunkler werden. Und dadurch lenkt man den Fokus auf bestimmte Bereiche des Bildes. Also wir können zum Beispiel sagen, wir möchten den Fokus hier haben und nach außen hin soll es dunkler werden. Und das möchte ich jetzt auch machen. Ich füge jetzt mal eine neue Note hinzu in Blender 2.64 unter Matte Ellipse Mask. Und die wird sich um die Vignette kümmern. Ihr seht jetzt, hier ist so ein Viereck erschienen. Das kann man hier zum Beispiel auch ein bisschen größer machen. Aber wenn ich die Ellipse Mask der Viewer Note hinzufüge, sehen wir nichts. Das liegt daran, dass es, das hier ist eine Maske. Und um die sichtbar zu machen, müssen sie wir erst mit einem Bild mischen. Also wähle Ingen, dann lasse ich mir eine Mix Note hier raus und mische die Maske mit dem Bild hier. Und weil der Faktor auf 1 ist, sehen wir jetzt nur die Maske. Sehr praktisch. Und ja, wir können sie hier verändern, wie wir wollen. Position und so weiter. Das ist schon mal ziemlich cool. Was ich jetzt noch gerne hätte wäre, dass da, wo es weiß ist, soll das Bild erscheinen. Da, wo es schwarz ist, soll eben diese Maske sein. Das funktioniert ganz einfach, indem wir von Mix umstellen auf Multiply. Das sagt dann nämlich einfach, da, wo es hell ist, erscheint das Bild. Da, wo es dunkel ist, haben wir eben unsere Maske. Und ja, jetzt haben wir eigentlich schon den Vignette-Effekt. Der ist aber noch nicht ganz das, was ich haben möchte. Ich hätte da nämlich gerne einen weicheren Rand. Und ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, das geht auch ganz einfach, indem wir das Ganze bluren, unter Filter Blur, beziehungsweise weichzeichnen. Ich schalte den Algorithmus auf Fast Gorschen. Der ist schnell und hübsch. Schalte relativ ein. Und ja, jetzt mache ich die Maske weich. Und hier ist sie, unsere Vignette. Die finde ich jetzt aber noch nicht perfekt. Die ist nämlich gerade, so wie unser Logo hier oder Schriftzug. Aber im Hintergrund, diese geometrischen Figuren, die haben was Stürzendes. Die sind ja so schräg angelegt. Und dieses schräge Stürzende würde ich gerne in der Ellipse Mask, beziehungsweise in der Vignette auch reflektieren. Und das kann ich hier relativ einfach machen, indem ich sie rotiere. Und schon sieht die Sache ganz anders aus. Ich würde es jetzt vielleicht auch noch hier ein bisschen nach oben verschieben. Und hier ein bisschen nach links. So, dass der Fokus eben hier liegt. Und dann kann man in Y-Richtung noch ein klein wenig mehr bluren. Und schon ist unsere, klein wenig mehr bluren. Und schon ist unsere Vignette soweit fertig. Und das Bild sieht doch gleich ganz anders aus. Ja. So einfach ist eine Vignette in Blender 2.64. Es gibt noch viele andere großartige Neuerungen. Die meisten möchte ich versuchen, auf Blender Diplom zu besprechen in Form von Tutorials. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Version von Blender. Und im Allgemeinen, lasst es euch gut gehen. Happy Blending. Bis dann. Bis dann.